Was ist eigentlich mit den Energiepreisen los? Das ist eine Frage, die ich natürlich häufig gestellt bekomme, sowieso und jetzt in den jüngsten Tagen natürlich viel, viel mehr noch. Nicht nur von Leuten, die einfach nur besorgt sind, oh Gott, oh Gott, soll ich noch tanken oder nicht, also den Heizölkeller voll machen, sondern auch natürlich von Tradern und das soll unser Thema jetzt heute sein. Sprich, wie gehen wir jetzt mit der aktuellen Situation um? Womit müssen wir aktuell rechnen? Wie sieht es denn aus? Kurz der Hinweis nochmal dazu, es geht nicht darum, dass wir jetzt das 1 zu 1 genau wissen. Ich kann euch sagen, 17.25 Uhr, da steht der Kurs dort und dort. Das wäre Scharlatanerie, wenn ich das behaupten würde. Aber gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, so ein bisschen einzuschätzen, wie ich jetzt agieren sollte an der Börse? Und ja, die gibt es, die kann ich als Berufshändler durchaus sagen, liegt nicht immer richtig, aber sie hat die bessere Chance, als wenn man sagt, ich mache einfach blindlinks irgendwas und völlig unkoordiniert. So, wollen wir mal mit Crude Oil anfangen. Für einige ist es CL oder QM, das sind die beiden Namen für den Öl Future an der NYMEX in Amerika gehandelt. Einige handeln das als CFD, häufig dann als WTI oder WTI eben genannt. Beides entspricht dem amerikanischen Rohöl. Das ist eine andere Geschmacksrichtung und zwar im buchstäblichen Sinne, als das europäische Brent. Trotzdem könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr das mal auch auf dem europäischen Markt euch angucken wollt. Dann seht ihr vielleicht da gewisse Parallelen, auch wenn die Preise natürlich ein wenig abweichen. Gucken wir uns mal den Kurs an. Einmal zur Orientierung nochmal. Wo sind wir da? Wir sind da sehr weit gelaufen schon. Also wir sehen das schon, dass wir sehr zügig nach oben gelaufen sind. Sogar hier alte Hochmarken, sogar alte Tiefmarken hier durchstoßen haben. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte, denn das hat hier schon mehrmals gehalten, in beide Richtungen sogar. Allerdings da offensichtlich nicht. Da ist der Kurs jetzt durch und da stellt man sich dann die Frage, wie weit läuft das denn? Müssen wir jetzt mit 100, mit 105, mit 100 was weiß ich wie viel noch rechnen? Ja, ganz abwegig scheint das nicht zu sein, dass der Kurs noch eine Menge Preislevel nach oben hat. Die Frage ist aber, müsste nicht irgendwann mal ein Rücksetzer kommen und wäre das vielleicht jetzt sogar der Fall, kann das sein, dass das passiert? Punkt 1 ist, ja, es kann sein. Punkt 2 ist es dann sehr typisch aktuell und gibt es erste Anzeichen dafür. Von den Größenordnungen würde ich sagen, so ab sofort ist das denkbar. Da die erste Welle aber relativ lang war, ist es gerne, dass die auch nochmal hier hinten ein bisschen länger ist. Also ich würde mich da noch nicht so sehr drauf versteifen, dass das jetzt zwangsweise hier zu Ende ist. Das kann durchaus sein. Da würde man sagen, ja, das ist doch so, wie du das immer sagst. Denkbar ist es absolut, aber wenn er noch ein bisschen höher geht, wäre das jetzt auch kein Drama, würde mich jetzt auch nicht wundern. Deshalb können wir auf diesem Bild nicht so viel erkennen, müssen mal auf kleinere Ebenen gehen, zum Beispiel auf den Tageschart oder Intraday mal reingucken. Und damit ist gar nicht gemeint, dass man zwingend Intraday handeln muss, aber es geht darum, dass man erkennen kann, was ist die aktuelle Marktbewegung? Gibt es da irgendwie ein Indiz an dem Verhalten der Marktteilnehmer? Ob die jetzt stark auf der Abwärtsseite unterwegs sind, ob die wirklich Bock haben nach abwärts oder ob die Panik haben, ob die Druck haben nach unten oder eben nicht. Und wenn ich mir die Abwärtsbewegung angucke, wie gucke ich eigentlich eine Abwärtsbewegung an? Naja, ich gucke als erstes mal den letzten Hochpunkt, das war der. Da das ein Hochpunkt war und der Punkt aktuell hier unten ist, ist das ganz offensichtlich eine Abwärtsbewegung. Jawohl, erster Test bestanden. Abwärtsbewegung haben wir im Moment. Seit dieser Bewegung, ist das eine starke Abwärtsbewegung oder ist das eine schwache? Wir können noch mal so ein bisschen Vergleiche anstellen. Das hier ist zum Beispiel eine starke Bewegung hier. Sowas in der Richtung. Sowas ist eine schwache. Die ist ABC gewesen beispielsweise. Auch diese hier ist schwach. Können wir hier besser erkennen. ABC, so mehr oder weniger. Also da sieht man schon mal so halbwegs, es geht im Kleinen auch hier, starke aufwärts, ABC nach unten. Also ihr seht, ist das eine starke oder eine schwache Abwärtsbewegung? Eher eine schwache, oder? Weil stark sieht ja irgendwie so aus, aus einem Guss. Von mir aus auch sowas wie so ein Fünfweller. Auch das kann gerne mal eine starke Bewegung sein. Insbesondere, wenn diese Pausen, die man zwischendurch mal hat, wenn die möglichst weit voneinander entfernt sind. Das können wir mit gutem Wissen sagen. Die sind hier voneinander entfernt. Und also insofern alles safe. Das scheint eine ordentliche, starke Richtung gewesen zu sein. So, jetzt gucken wir uns mal diese Bewegungen. Haben die hier Pausen gemacht? Also hier war mal eine kleine. Hier war mal eine große. Die war ähnlich groß. Die war noch ein bisschen größer. Ich finde, wir haben hier eine Menge Gegenbewegung, die alle nicht diese Qualität aufweisen, dass sie weit voneinander entfernt sind. Also sowas. Insofern würde ich im Moment eher davon ausgehen, dass dieses, was wir hier haben, nicht vorrangig jetzt für die Abwärtsseite im massiven, im schnellen, im starken Stil spricht, sondern eher für just another corrective pattern hier sozusagen. Also nochmal hier das Gleiche, was wir hier schon 100 Mal gesehen haben. Also eine Korrektur. Okay, also abwärts doch wohl eher eine Korrektur. Aber wenn das eine Korrektur ist, dann ist das ja eine Gegenbewegung, weil Korrekturen sind immer Gegenbewegung gegen den eigentlichen Trend. Das würde doch bedeuten, dass der Kurs sogar nochmal weiter nach oben geht. Ja, das sieht ein bisschen danach aus. Soll ich also jetzt kaufen? Nein. Und das unterscheidet den Händler von dem, sagen wir mal, Analysten oder von dem Investor. Der Investor sagt, ah, sieht doch noch steigend aus. Ich kaufe jetzt einfach mal. Und dann werden wir schon gucken, was uns passiert. Der Händler versucht das Ganze ein bisschen zu optimieren. Ist das jetzt sinnvoll, hier an der Stelle zu kaufen? Ich finde nicht. Warum nicht? Soll doch hochgehen. Ja, soll schon. Aber tut es das auch? Wir haben noch keine Anzeichen dafür. Aktuell, die letzte Bewegung ist ganz klar nach unten orientiert. Wieso soll ich kaufen, wenn es nach unten orientiert ist? Wie sähe es denn aus, wenn es nach oben orientiert ist? Zum Beispiel so. Und dann gibt es eine Pause. Und dann gibt es danach eine Fortsetzung, die man handeln kann. Dann kann ich doch zumindest mal das abwarten hier. Und sagen, wenn er mir das zeigt. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, aber ich bin noch nicht jede Stunde dran. Denkt dran, das ist im Stundenchart. Das wird mehrere Stunden brauchen, um das Ding auszuarbeiten. Das heißt, ihr könnt einmal am Tag drauf gucken. Oder von mir aus auch zweimal am Tag, wenn er ein bisschen aktiv ist. Na, na, na. Sieht es denn so aus? Und wenn ja, dann könnt ihr sagen, dann versuche ich es doch mal. Aber im Moment macht das noch gar keinen Sinn. Eigentlich ist es sogar ganz gerne gesehen, dass wenn die Hochs fallen sind, dass dann auch die Tiefs fallen sind. Das muss nicht zwingend sein, aber das ist immer ganz gerne so. Wenn ihr das hier auch seht, also wäre mir sogar noch lieber, der soll ruhig noch ein bisschen tiefer kommen. Dann ist noch mehr Schwung nach oben vielleicht wieder da. Aber auch dann gilt, nicht jetzt im vorauseilenden Gehorsam an der Stelle einfach sagen, komm, jetzt kaufe ich, wir haben tieferes Tief. Sondern auch dann diese Bestätigung abwarten. Der Markt macht das. Der Nachteil ist, ihr verpasst regelmäßig die erste Bewegung bis zur ersten Pause. Auf der anderen Seite verpasst ihr dadurch blöde Verluste. Denn der Kurs kann ja dann durchaus doch nochmal nach unten eben gehen. Wenn ihr sagt, wir machen hier so ein bisschen eine Gegenbewegung und danach läuft er weiter. Dann ist das häufig ein nicht so guter Einstieg. Denn wenn es mal in eine Trendrichtung geht und im Moment war hier die abwärts, im Moment ist diese hier abwärts, kann sich die ja nochmal fortsetzen. Also ich bin eigentlich schon eher auf der bullischen Seite. Was mir aber gänzlich fehlt, ist der Proof of Concept, würde man neudeutsch sagen. Also dass die Marktteilnehmer das auch so sehen und sich in irgendeiner Form vorbereiten. Das fehlt hier insofern noch kein Long-Einstieg. Ja und Short, kann man shorten? Kann man schon. Aber wenn das wirklich eine Korrektur ist, finde ich, in einer Korrektur handele ich nicht gerne. Weil Korrekturen sind häufig wackelig und das ist ja genau nicht das, was ich gerne handele. Ich würde ja eigentlich gerne das handeln, was stark ist. Die Korrektur ist aber ja schwach, also handele ich natürlich nicht das. Wenn dann wiederum Teile daraus. Also falls ihr jetzt irgendwann mal das seht, im Eigentest, im Eigenstudium sozusagen, dass der Kurs mal irgendwann irgendwie ein bisschen aufwärts wackelt. Ich hoffe, er macht es nicht so, aber so ungefähr irgendwie was Wackeliges und danach kommt er dann ein bisschen runter wieder so in der Richtung. Dann kann man natürlich sagen, hey, ich bin Kurzfrist-Händler, ich mache dann nochmal einen kurzen Shorty draus. Warum nicht? Also das geht natürlich trotzdem. Insgesamt würde ich mich allerdings vorläufig eher aufwärts orientieren. Es sei denn, er macht mir sowas mit starker Abwärtsbewegung. So ähnlich wie hier quasi. Und dann wackele ich nach oben. So ähnlich wie hier. Allerdings dann auch getriggert. Ihr seht, wie wichtig das mit dem Trigger ist. Ich hätte hier mit dieser Idee doof daneben gelegen. Aber ich bin hier nicht getriggert worden. Insofern hat man da gar keinen Trade machen können. Weil er den Trigger nicht gebrochen hat. Also insofern mal nicht der Short gegangen ist. Hinweis, es ist natürlich nicht die erste Welle. Es wäre eine Fortsetzung. Für die erste Welle ist mir das immer am liebsten. Aber das ist ein anderes Thema. Und erklären wir ein andermal. So, und wie sieht es mit Erdgas aus? Da gibt es auch einen Kollegen. NG ist der entsprechende Future. Natürlich gibt es viele CFD-Produkte oder andere dazu, die man ebenfalls handeln kann. Das ist jetzt hier NG. Das ist der Henry Hub. Das ist so eine Messstelle, wo gemessen wird in Amerika. Gehandelt an der NIMAX. Und wie sieht es hier aus? Naja, ihr seht es hier schon an meinem übergeordneten Bild, dass ich mir dieses hier eigentlich sehr gut vorstellen kann. Aber nur, weil ich es hier eingezeichnet habe, ist das noch kein Versprechen, dass es genau so ist. Es wäre aber sehr typisch. Wieso komme ich da drauf? Könnte nicht diese Aufwärtsbewegung schon zu Ende sein? Ja, sie wäre halt nur sehr unsymmetrisch. Und häufig ist es so, dass diese nicht so lang ist, wenn danach nicht noch ein bisschen was hinten dran kommt. Und wenn es so ein kleiner Pups ist, der dann nochmal entfleucht. Aber irgendwie was nach Trendrichtung, in dem Fall also nach oben, das müsste es dann idealerweise schon sein. Also auch hier schon kaufen. Na, da sind sich jetzt Erdgas und Crude Oil relativ ähnlich. Denn ihr seht, auch das ist eine Abwärtsbewegung. Yep. Test ist gemacht. Fallene Hochs, Fallene Tiefs. Wunderbar. Und wir haben noch keinen echten Hinweis darauf, dass die Marktteilnehmer wirklich willens sind, jetzt hier zu kaufen. Aber, ich sage mal, das sieht schon mal, ach komm, das machen wir doch hübsch sogar hier. So, das sieht doch nach einer klassischen Korrektur aus. Schöner Anstieg. Jetzt hier so wackelig runter. Zack, zack, zack. Das passt doch. Und eigentlich, jetzt da sollten wir mal ein bisschen genauer hingucken, ob wir in diesem Umfeld nicht irgendeine Unterstützung jetzt haben, dass der Kurs dreht. Unterstützung ist das richtige Stichwort. Einige werden sagen, guck, hier haben wir doch eine Unterstützung, ob die jetzt alleine den Markt dreht. Darauf kommt es mir nicht so sehr an. Aber irgendwo in diesem Umfeld hier, da denke ich mal, sind die Chancen relativ groß, dass der Kurs dreht. Und wenn ihr das schon mal gesehen habt hier, vielleicht erinnert ihr euch an eine Zeichnung, die ich bei Silber gemacht habe, die ziemlich ähnlich ist. Und inzwischen ist der Kurs hierhin gelaufen. Dazu hatte ich am Wochenende auch ein Video gemacht. Ihr habt es sicherlich gesehen. Leider auf Englisch, aber ihr könnt es euch ja angucken. Es ist ja relativ leicht nachvollziehbar, denke ich mal, alleine anhand der Bilder. So, also ähnliche Situation. Aber was fehlt, ist tatsächlich auch hier der Beweis, dass er es wirklich will. Und nicht nur er, sondern auch die Marktteilnehmer. Die sollen sich doch erstmal aus dem Fenster lehnen. Ich muss doch nicht mit meinem Geld den Markt versuchen zu drehen. Und dann ist es mir als Majestät natürlich recht, mich dazu zu gesellen, wenn ihr das gemacht habt. Naja gut, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die anderen sollen das tun. Nicht ich muss es machen. Dazu ist mein Kapital auch leider gar nicht ausreichend. Also brauche ich die Hilfe aller Marktteilnehmer. Und wenn die dann gewillt sind, dann sage ich, oh, das Bett ist gemacht. Na, was für eine Assoziation. Na gut, warm ist beides. Erdgas ebenfalls. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Also, es sieht nicht so schlecht aus. Auch nicht für die bullische Seite. Ich weiß, dass es einige doof finden. Aber aus Händlersicht mögen wir ja, wenn wir eine Richtungsidee haben. Die muss der Markt allerdings erst noch zeigen. Vielleicht ein Hinweis dazu. Einige werden jetzt vielleicht noch gefragt haben. Na, na, na. Sag doch mal. Wäre der Bruch dieser Marke ein guter Hinweis für den Einstieg? Der Bruch dieser Marke? Aus meiner Sicht nicht. Denn das ist doch kein Beweis, wenn er da durchgeht. Beweis ist immer so ein Wort. Aber ist doch kein echter, starker Hinweis dafür, dass der Kurs jetzt die Korrektur beendet hat. Das wäre hier der Fall. Von mir aus auch noch im Trendkanal. So lange möchte ich nicht warten. Deshalb ist das hier für mich das Entscheidende. Ja, das da oben wäre auch völlig in Ordnung als ein Hinweis. Problem ist nur, ich habe gesagt, wer weiß, wie lange das da oben noch hoch geht und wie lang, wie weit das hoch geht. Deshalb hier auf der kleineren Ebene so etwas abwarten. Und dann sagen, da mische ich mit, wenn der Kurs entsprechendes macht. Das wird es immer wieder geben. Wenn es mal schöner ist, kann man es umsetzen. Wenn es mal nicht so schön ist, muss man es halt abwarten, bis die nächste schöne Situation kommt. Soweit meine Idee hier zu den beiden Energien. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat und ein bisschen was bringt. Euch drücke ich die Daumen, dass ihr egal, was ihr macht, auf der richtigen Seite seid. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal.